bin ja mal gespannt ob der wurm hier auch rüber geht auf die anderen bäume ja ziemlich cool aber ich setze ja trotzdem noch einen zweiten hin das können wir noch so gut ist nicht mehr so viel stau alle du musstest du brauchst du kannst das mit der hand abbauen wenn du die seite da haben wolltest also die strings ich weiß es nicht entweder das oder den kruck da mit dem kruck hattest du eine größere chance noch ein wurm zu kriegen oder sowas aber wir hatten doch da auch das raum mit der hand gemacht oder nicht oder mit schwert oder sowas ja kann sein ja ich habe übrigens eben gesehen es ist schon wieder tag also es hat nicht funktioniert dass sie die solaranlage über nacht gebaut habe ja lernen das funktioniert halt nicht das muss man einfach akzeptieren das geht nicht ja so einfach ist das es ist so einfach dass es geht fertig aber ich brauche jetzt was schönes für dich ja ja du wirst dich freuen nicht noch mal was denn ich möchte nicht doch mal so ein geschenk wie in folge 50 ja das will ich aber auch hoffen naja hofft du mal so was könnte ich denn hier schon mal machen ich könnte ja schon mal ist die hingeht in kompressor packen und kompresst jetzt machen da kriegt dann wahrscheinlich ein raus und ich brauche für jedes ding dem euch da vier stück mit der kohle und da brauche ich noch mal drei dann nicht so das heißt ich brauche heißen wir haben natürlich wieder keine heißen ich mache gerade ein bisschen wasser ich brauche drei davon ne zwei ja wenn ich sie mal ich brauche 14 eisen was wofür mache ich was mitten da mache ich chemisch was wofür brauchst du so viel eisen für solarpanel ach so ja gut das darf so viel eisen verwenden ja gut wo bist du ne ernsthaft da bist du was machst du hier wirklich wirklich was das alter und ich habe ja noch gewünscht ja muss immer an aber guck mal in das sieb rein zwei äh broken tin aluminium iron da ist nur ein ja ok ja weil ich das gerade rausgeholt habe achso ich muss jetzt an den kompressor das ist ja schön dann hast du hier unten irgendwo stehen kompressor du hast doch gesagt du hättest einen kompressor gehabt ja der ist neben der crafting bench ach ja stimmt ja so einfach ist das was ist das ach ein skinless da ist ja compressed iron drin und den machst du einfach so zu compressed steel ja an den du rechts und links noch kohle hinpackst ach so also wir haben mehr als genug kompressor der ist das schon drin ist ja ich brauche vier kompressor die ne sieben kompressor brauche ich ja das sind 42 bedient ich brauche ich denn eisen gemacht weiß ich nicht alter willst du mal was cooles sehen hier nimm mal den und dann guck mal in was du das alles dekomposen kannst äh wie kann ich das gucken also dann reinschmeißen oder was einfach use uh für use und dann halt durchswitchen bis du da bei dem dekomposer bist achso ein ding jup war triple kompressed covelstone alter wie hast denn das hergestellt ja guck mal nach triple davon drei davon zwei äh also neun mal neun mal neun mal neun mal neun b jetzt es schmeißen dass es müsste eigentlich genauso viel energie verbrauchen als es nur ein einziges ding was ich da reingeschmissen also es war ja nur ein einziges ding ich werde ich stelle übrigens gerade jede menge natrium mehr warum ist das kupfer eigentlich auf dem nickel platz du hast das dahin gepackt zink kupfer nickel kobalt eisen ich habe ich das eisen halbchen gepackt dann achtung achtung batman batman ich habe dann mal eben acht stecks von dem zeug eingepackt ist wenn noch mehr hergestellt das ding ist erst mal ein stilpol dann brauchen wir normales stil so la hey war erst mal richtig geschrieben was willst du daran falsch schreiben okay wissen wie oft ich das eben falsch geschrieben habe so ach genau irgendwie hast du recht das will ich nicht wissen da brauche ich drei aluminium war ja wenn wir natrium und chlor haben können wir auch unsere eier salzen drei also die frühstückseier ja geil dann sind sie nicht so feucht und sie halten länger das liegt klar bekommen wir jetzt gerade so drei und darf und jeweils auch 3 18 21 dafür brauche jeweils im brauche ich 25 aluminium war ja und hatten wir hier nicht irgendwo welche 10 aber das war ja auch nur aluminium mit woher genau darum wollte sonst kann ich da nicht weitermachen glas brauchen wir und das blu so lauwe war da noch gleich mal zirkel kater warte mal warte mal kommen da neun stück raus das ist ja natürlich nice wir brauchen dafür so 18 nee quatsch 9 sie gibt es ja wo kommt man jetzt gerade auch richtig sehr rauskommen und da brauche ich ein redstone repeater euch das geht ja dann kommen wir erstmal ist das cool also so lange wie es dauert hier alles zeug raus zu suchen und umzupacken bis dahin dürfte auch mit weiteren kompressed copystone hergestellt haben ja wir haben jetzt 18 stacks silizium und das ist alles noch das zeug aus dem einen aus dem einen block erstellt gerade noch magnesium hier ah geil 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 das will ich ausprobieren es geht nicht wahrscheinlich muss ich es anzünden mit magnesium kann man gegner in der nähe blenden durch ein flashbang ooooh geil 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 geil